Okay. Mächtige Waffen, suggestive Äpfel, diesmal ist es anders. Wir fanden keinen Apfel, nur einen Baum. Diese Tempel halten die Erde zusammen wie Wurzeln. Stört sie und Haiti fällt, oder Lissabon, oder ein anderer Ort auf dem Manuskript. Und die Assassinen mischen sich blind in diese Strukturen ein? Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden weitere Städte untergehen. Verstehe. Wir haben Kenntnis von Assassinenaktivitäten nahe vor Lewisburg. Wir treffen einen Royal Navy Offizier, James Cook. Er hat einen Auftrag erhalten, der strategisch wertvoll sein könnte. Gist hat die Karten. Sehr gut. Ich breche bald auf. Colonel Monroe war voll des Lobes, Shay. Er ist überzeugt, dass ihr einer unserer Besten werden könntet. Also, enttäuscht mich nicht. Habe ich nicht vor, Sir. Jut, jutsch. Wer wüsste mir, was wir zu tun haben. Dieser Nebel, den man so sieht, der ist nur davor gelegt. Wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen. Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke, hat er gerade ein eigenes Kriegsschiff gehalten. Er ist auch Experte im Entschlüsseln von Geheimcodes. Pfeilboot bereit machen. Gut, dann versuchen wir mal ein bisschen... ...Wale zu haponieren. Wo ist der hin? Ah! Oh, shit. Ich auch. Da. Oh, ja. Da. Aua. Hey. Ja. 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 Ey! Geht doch. Na? Daneben. Ey! Das könnte, ähm, schwierig sein zwischen Nawal und uns. Oh. Scheiße! Komm, wir versuchen es nochmal. Ach Mist, ich wollte jetzt nicht zu Jagd, aber egal. Wo ist der? Da hab ich ihn. Da hab ich ihn. Nein, da drüber. Gerade. Da. Ne, daneben. Daneben. Pfeffer. Pfeffer. So. So. Nein! Shit. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass er gefährlich ist. Da bist du. Da ist er! An Backbord! Es geht los! Ah! Wo steckst du, du Bastard! Das ist jetzt nicht so geil. Da hör ich ihn. Ja, stell dir vor. Das weiß ich doch auch. Ja, stell dir vor. Das weiß ich doch auch. Da ist er! An Backbord! Festhalten! Es geht los! Ihr schafft! Das Biet ist verletzt! Nein! Alle bereit machen! Komm! Nein! Nein! Alle bereit machen! Komm! Hm, hm! Zurück zum Schiff, Männer! Zurück zum Schiff, Männer! Ach, Mann! Oh, oh, oh! Wir brauchen... Komm, nochmal! Ich möchte diesen Scheiß-Typen jetzt haben. Ja, komm! So, hab ihn! Hab ihn! Na eben! Oh, ja! Ah, wir haben das, Franz? Da! Ey! Das ist jetzt Scheiße! Das ist jetzt Scheiße! Ja, ist ja gut, dass... Ich weiß ja, dass wir hier Eis haben. Ah, daneben. Ja! 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 Treffer! Na? Habe ich den jetzt getroffen? Aua. Er kommt auf uns zu! Direkt voraus! Shit, Meinen! Woo! Woo! Alright! Yeah! Alright! Achtung! Das Horn! Ein Hohrentöter! Hahaha! Ein Navai! Ein guter Fang, Captain! Hm. Gut. Warte. Stufe 29, Stufe 8. Hm. 320 Metall. Das ist zwar eine ganze Menge. Aber ich glaube nicht, dass ich den gewachsen bin. So, wie muss ich eigentlich da hin? Gut. Also so wie ich jetzt fahre. So. Mhm. 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 Ab nach vorne, gut. Jetzt werden wir die ganze Zeit gerade ausfahren. Und dann schaffen wir das. Na, was ist denn das für ein Schiff? Stufe 29. Äh. Oh. Was macht denn das für ein Schiff da? Stoff und Holz. Drei Metall. Das ist super. Das ist zwar nicht viel, aber es ist super. Kriegsschiff, Stufe 60. Na, natürlich. Sollen wir jetzt gegen das Schiff ankämpfen, oder was? Willkommen an Bord, meine Herren. Schön, euch zu sehen, Captain. Captain Jake Hormack, Captain James Cook. Es ist mir eine Ehre. Das meinerseits. Captain Cook hat eine recht beunruhigende Kriegsliste aufgedeckt, die unsere Informationen bestätigt. Jawohl. Eine Flotte der Royal Navy ist auf dem Weg nach Lewisburg. Die Franzosen planen ein Überraschungscrew gegen sie, falls der Angriff gelingt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Gentlemen, die Schlacht um Lewisburg könnte sehr wohl der Wendepunkt werden, der diesem Krieg schließlich ein Ende setzt. Also, was mich betrifft, ich habe genug vom Krieg. Möchtet ihr dann nicht das Kommando, Captain Cormack? Ich bin sicher, ihr genießt es, ein Schiff zu steuern mit echter Feuerkraft. Das sollte ich wohl, Captain. Okay. So ein Level 60 Ding, voll ausgebaut. Wieso nicht, ne? Was nicht vivir mit ama Passover? was mit einer Schwung desfahrtombard. Ich wäre chances, mathematics